Mal gucken wo wir rauskommen. Hier war ich lange nicht. Schmeißt mich meistens hier raus oder hier. Was habt ihr heute noch so vor? Außer einkaufen. Schleichen wir uns mal rüber. Ich dachte er will davor fahren. Na ja fahren kann man hier heute auch nicht. Dankeschön. Dann kriegt man hier noch Essen an den Tisch. Oh stopp. Dann kriegt man hier. Dann kriegt man hier. Dann kriegt man hier. Oh ich sehe noch gehen. Achso irgwo. Die werden bestimmt nicht nochmal vorgucken. Oder doch. Oh wir sind zu zweit hier. Oh Mist den haben wir nicht schön hier drauf. Oh 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 oh. Wenn der sich nicht bewegt, der sehe ich den auch nicht. Ich sehe nichts. Der ist raus. Ich habe da auch noch einen gekriegt. So wollen wir mal rein fahren oder. mit denen die wir die ganze Zeit beschossen haben. Der ist jetzt auch raus. Rein theoretisch müsste die Luft rein sein. Versuchen wir es mal. Ja. Der Abschluss ist schon sehr schön. Sehr cool. Oh ich wusste es scheiße. Ah Mist. Der BMP na schön. BMP hat uns gekriegt. Heiz. Wenn ich mir ja noch das Fingerchen. Oh wir fahren jetzt zu B. Oder bewegen die. Ne wir fahren zu B. Unsere. Gut. Oh hier können wir schon mal gucken. Die werden sich jetzt um A kümmern. Die sind alle unterwegs zu C. Alles leicht. Hm. Was machen wir denn? Bauen wir mit zu C. Zum unterstützen. Oder B safen. Ich wäre eher dafür dass wir B safen. Wenn wir es rechtzeitig schaffen. Dann stellen wir uns da wieder unsere schöne Camper ecke rein. Wenn wir es hinkriechen. Lass mal B halten wenigstens. Aus. Jetzt auch und zu und durch. Hoffen dass hier keiner steht. Jetzt haben wir Glück gehabt. So. Stellen wir uns so dass wir hier knapp an der Ecke vorbeischießen können. Ein Stückchen vorne. So. So sieht das gut aus. So und dann warten wir mal ab. Ist jetzt nicht das spannende Gameplay ne. Aber wir gucken dass wir B nicht verlieren. mit Hubschrauber von uns. Sehr schön. A haben wir wieder. C wird vom Feind geholt. Da kommt schon der Erste. Von uns. Sehr gut. Aber hier drüben könnte es sein dass da gleich einer auftaucht. Das ist einer sehr nahe. Da fährt er ungefähr. Der fährt hier hinten rum. Müsste gleich hier auftauchen. Genau da ist er. Alte Schlingel. Ah der fährt da aber um. Scheiße. Ist der ungünstigste Variante für mich. Der wird dann gleich hier vorne auftauchen. Oh da ist er. Vielleicht kriegt er. Ne. Er haben hier kriegt. Sehr schön. Da kommt auch schon der nächste. Gucken wo der lang fährt. Gucken wo der lang fährt. Der wird hier vorne lang kommen. wird noch zwei sein. Gucken wir mal. Oh da ist noch einer wie ich gesagt habe. Der fährt auch da hinten rein. Oh. Gute macht. Gute macht. Shit. mit. Den kriegen wir nicht raus hier. Wir treffen nichts wichtiges. Aber er brennt wenigstens schon mal. Das war es jetzt für uns hier. auch noch nicht. Der steht immer noch. Der steht immer noch. Der steht immer noch. Wird auch ein Brand geschossen. Wir treffen den halt nicht gut genug. Sehr schön. Oh. Einer von uns. Endlich. Kriegen wir Unterstützung hier. Da drüben sind noch welche. Oh scheiße. Oh oh oh. Oh man. Oh. Haben wir gut gemacht. Haben wir sehr gut gemacht. Ah sieben Abschlüsse haben wir. Alter Schwede. Mega cool. Ich glaube das die Vögel schneide ich komplett rein. Auf YouTube dann. Das ist ein sehr sehr cooles Ding. Geil.